Ein schönes Smaus wünsche ich jeder eine Warte von dir. Von dir erst den letzten Tag an uns Philippa-Breif. Wir haben viel gelesen, viel geliebt durch diese Zeit und von dir merkt wieder ein Schluss mit diesem Bereich. Bis gleich in den letzten paar Versionen zu lesen, ein Kapitelfeier von 22-23. Paulus sagt, Und ich sage, Ich werde am Anfang von dir abgenauert, aber er sagt, Besonders du vom Käserhuis. Wow, und ich habe am Anfang von diesem Brief, Die Menschen sollen nicht so glauben, dass es schuld wird, dass er vorst wird, dass es bloß dem Jömeren wird. Er sagt, Weißt du was? Das hat alles mitgehoben, dass das Evangelium sich verspreid hat, dass meine Menschen das hören sollen. Er sagt, Wir haben alle Menschen im Regierungspalast, die werden auch direkt hier sein, wegen Jesus zu sehen. Alle Menschen, die du so, werden dort bekommen. Die, die, das ist ja kurz gesagt, von dem Praetorium gar, die, die Soldaten, die Fährten, die Soldaten, die Soldaten, die alle einen Raum, die wissen doch auch, oder? Hier sagt man, Von dem Käserhuis in einem Haus. Wir sind Menschen, die haben sich bekehrt, und von dem Käserhuis bestanden Philippa zu begreifen. Weißt du, wir leben an einer Zeit, und Menschen, die wünschen immer dort Dinge können, anderen in der Regierung, oder wo Dinge sind, und wo schlecht alle Menschen in der Regierung sind, und wo schlecht die Entschädungen sind, wo die merken dort. Aber weißt du was? Sehr wie weit ich muss Dinge dörst, und so ist das, um einen Einfluss zu merken in der Regierung, um einen Einfluss zu haben, um den Evangelium zu arbeiten. Paulus, wie nicht da, und er möchte und möchte von dort, er will evangelisieren, und neue Menschen, und die Verstärkung der Regierung, und die ganze Welt zu betät, und er will sich bekehrt. Doch wie gut wird hier warst, doch er du so erst hier warst. Und das hilft mir dann bloß eine Freude, das ist eine Karte, andersherum von dem Mars, aber das hilft mir bloß eine Freude, für uns von dem Mars. Wo soll ich wirklich dörst gehen, so dass andere Menschen, die das Evangelium kriegen? Das ist eine wichtige Freude für uns, nicht? Wenn wir denken an Paulus, und alles wird hier dörst, wirklich sehr schwierig, aber wenn wir mal denken, an was er heute erregt für das Evangelium und wer Olaf hat sich bekehrt durch alle Schwierigkeiten, was er dörst. Und dann ist er in Jerusalem, er ist in Caesarea, er ist in Insel, er ist in Schäpp, er ist in Rom vor es ist. Dann fahren die vierste Regierungsmenschen in der Welt. Die Menschen bekehrt sich durch die Schwierigkeiten, die Paulus mit dörst. So wo zählen, eignen die, weil ich dörst gehen, so dass andere Regierungsmenschen kein Jesus finden, und fangen gute Entscheidungen zu mir an. Was würd du denn denken? Das ist die erste, letzte Andacht für unsere Teilmarsch, Jesu und Philippa, so für dort, weil ich dann die Aufschicht nehmen, für morgen zum Mars, weil ich unterwegs noch einmal sein muss. Ich mach Gott ihn segnen. ступend.